Hat der beliebte Detective Chief Inspector Gates etwas mit dem plötzlichen Verschwinden seiner Geliebten zu tun? Würde er wirklich so weit gehen? Arnold ist absolut überzeugt davon. Zusammen mit Kate versucht das Antikorruptionsteam Gates eine Falle zu stellen und ihm ein Geständnis zu entlocken. Line of Duty – Cops unter Verdacht. Dienstag um 20.15 Uhr auf Anixe HD Serie.